Nichtsdestotrotz. Machen wir aber weiter. Der Feind lauert vielleicht überall. Oh Gott. Das ist schrecklich. Hm. Haben wir nicht Pfeile mitgenommen? Okay, verstehe. Wir haben keine Pfeile mehr. Das war so unser einziger Pfeil. Da sind Pfeile. Da sind wir nicht. Eine Seereise. Wir kommen heute mit einem Zeke. Geh weg. Ich wohne hier. Weiß nicht mehr. Was? Wir sind für sich. Ich glaube, es war das Beste für ihn, Freunde. Ich glaube, es war das Beste für ihn, Freunde. Wir haben nicht viele Pfeile. Das möchte ich nur noch mal kurz bedenken. Ich weiß nicht, ob das gut war oder ob das schlecht war. Ich weiß nicht, ob das gut war oder ob das schlecht war. Das ist schön, dass du dich daran erinnerst. Das ist schön, dass du dich daran erinnerst. Was? 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 was geht er denn? Was? 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 aber leider habe ich nicht genug Schuss oh doch ich bringe euch alle in Erlösung da sagt er gerade, wer hier sagt sieh dich vor oder habe ich halt Lus ja natürlich ist gassig ich bin Okay. Tja, das tut mir nicht mal leid, aber Tja, wer mich bedroht Tja, diese Psychos, oder? Muss hier nicht so rum Was ist, wenn die Unheiligen rausfinden, wie man die Scheiße anzündet? Ganz ruhig jetzt Hey! Wir haben ein Problem! Kommt runter! Okay, ihr Schweine, dafür werde ich euch bestraft! Kommt runter! Kommt runter! Wo ist der? Wo ist der? Alter Gollum! Hör auf! Wer spürzt denn da? Ich dachte, ich bin alles getötet! Ach! Hier sind ja noch mehr Freunde! Was war das? Ach so! Aufnehmen! E! Eine Ratte! Ah! Natürlich! Hier ist keiner mehr! Ist doch hübsch, oder? Ich find's hübsch! Ja! Der will da oben noch spielen, hat er gesagt! Danke! Wir haben noch richtig gehört! Die Kugel. Die Kugel. Die Kugel. die ist talkend, berinnend Oh! Ich mag solche Texte Nun Jetzt sind wir in den Katakomben Ich ström den ganzen Bereich hier mit Gas, wenn es sein muss. Vielleicht können wir hier auch nochmal ein Tagebuch verfassen, aber wir sammeln das mal alles ein hier. Ja Merkwürdig Vielleicht hat er wieder heiratet Schwule Wahnsinn! Beherrscht diesen Ort Pssssssss Glaubt das Hemikos Geist uns hier festhält Es ist unmöglich Es ist unmöglich Aber er ist so irre, dass er vielleicht schon fast wieder zurechnungsfähig ist Das ist richtig Und das ist wiederum das Problem Aber werden die anderen hören Oder nicht Wir haben übrigens wieder einen Fertigkeitspunkt Hier das können wir noch nicht Da fehlt uns immer noch ein Punkt, um das zu können Das können wir auch nicht Aber wir können den sicheren Schuss erlernen Zack So und jetzt Tadaa Neuer Fertigkeitsrang Freischreiten Herzlichen Glückwunsch Wir haben den höchsten Fertigkeitsrang Fertigkeitsrang Das ist nichts mehr Und wir haben Leras Tagebücher gerade Oh Die Pfeile sind voll Kann ich da äh Ja Das hat ja funktioniert Und zack Und zack Von ihm bei Von ihm bei Okay Dynamit Das war sehr ungestüm, ich weiß Aber ich musste so reagieren Die Ratten vor allem Oh ein Geokage Im Bergungsgut Ich würde hier sagen Hier geht es nicht weiter Nicht wirklich Aber da Da geht es nicht